30 Jahre alte Flugzeuge entsprechen heute nicht mehr dem Stand der Technik. Die Firma Ruschfeier in Melle hat dieses Flugzeug, die R90-230RG, entwickelt. Hat ein Flugzeug in eine marktfähige Technik umgesetzt. Hat geeignete Technologien benutzt, um dieses hervorragende, 4-sitzige, ganz im Grundschlumpf gebaute Flugzeug zu qualifizieren. Leichtes Vollmatt. ...zu den Kampen an der Hinterkante, sagen wir mal, Sie werden in der Schuhe und in der Tiege angetrieben und über einen einzigen Motor, der die Kampelkampen betätigt, ausgefahren. ...dass Sie auf der linken und auf der rechten Seite gleichmäßig ausfahren, noch fahren. ...dass Sie die Gelegenheit machen, da alle Sie glauben. Haben Sie die Gelegenheit? ... 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 Es kann ja sein, dass es groß ist. Patrick will be flying to his own choice of music, which you'll hear right now. Der Motorsegler schleppt ein Segelflugzeug. Und zwar ist es der Motorsegler Dibona von der Hoag Aircraft aus Wiener Neustadt. Hier ein Segelflugzeug, ein Cirrus, ein Standardsegelflugzeug, 15 Meter Spannweite, Standardklasse 37. Der Motorsegler schleift, der Motorsegler, der Motorsegler, der Motorsegler, der Motorsegler und der Motorsegler, 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Anflug von Westen, Geschwindigkeit jetzt bei 400, keine Ahnung. Die Segelflieger unter uns, die wissen das ja alle, wie wunderschön es ist mit solchen Flugzeugen zu fliegen. Doppelsitzig natürlich, hier einsitzig geflogen, Quantisek Barton und Alexander Kubowitsch. 45 Grad Schräglage und trotzdem gerade geflogen. Und damit verendet, Juri, Waschuk, Salz. Und damit verendet, Juri, Waschuk, Salz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, weiter geht es jetzt im Programm. Rollen schlagen, aufschlagen. Aufschlagen. Untertitelung des ZDF, 2020